Hallo Freunde, willkommen zurück zu Simpsons Hit & Run, wieder in Level 7, nachdem wir ja einen kleinen Abstecker-Part letztes Mal gemacht haben. Geht's jetzt weiter, und ich hab grad mal geguckt, das ist schon die sechste Mission. Also haben wir quasi schon das Spiel fast durch, aber ich muss ja noch Rennen fahren und so und Cheaten, deswegen gehe ich davon aus, dass das hier bereits der vorletzte Part ist. Oh yeah, baum, baum. Okay, fangen wir die Mission an. Wow, stell dir vor, jetzt wird mein Wagen geklaut. Was für eine verkehrte Welt. Nun fahr schon. Und was ist, wenn ich's nicht mache? Das wirst du schon sehen. Okay, okay, steig ein. Lässt sich vor ein Schüchtern. Die Autor, der, der auch sehrirdische Autotopsy Teil 2, sammle zu Atommüll an und bring ihn zum Raum, schiebt, dass er nicht verstehe, ich mir da ein bisschen zu blöd, um zu reden und zum Lesen. Aber das macht nix. Hasta la vista, ihr Trottel! Bing, 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 bing. Nimm das! Och, meine beiden Lieblingsautos werden voll. Oh, jetzt zerstört, ey. Voll doof. Ich muss endlich lernen, meine Bewährung mehr zu genießen. Oh, ich muss wieder abhauen. Botschafter der Aliens. Nachschau, Volltreffer, mein Lieber. Oh nein, nicht mit mir. Nimm das! Gott. Das nennt man Fahre. Den Spruch kann ich gar nicht. Hey, das sollte nun wirklich nicht passieren! Snake, es ist doch überhaupt gar nichts passiert gerade. Die letzte Mission gleich, die wird auch cool. Aber die ist ja erst im nächsten Part, weil ich ja noch ganz viel Signquesten muss, nicht wahr? Ich muss noch ein paar Wespen töten, ich muss noch die letzten beiden Rennen machen und Sachen kaufen. Ich denke, ich werde auch bis zum nächsten Part schon cheaten, damit wir das nicht mehr machen müssen. Die Hasenbögens, wenn ich das mache. So, jetzt aber schnell zurück zur Schule. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja, das Ding nie explodieren zu lassen. Ich könnte es ja nicht mal zeigen, aber ne. Freunde, ich will natürlich Skill zeigen, puren Skill. Oh, das Ding wird noch kaputt gehen, ich sehe es doch schon kommen. Dafür wird diese Stadt bezahlen. Ich glaube, ich habe das noch nie geschafft, das Ding nicht zum Explodieren zu bringen. Ich bräuchte nur mal einen Schraubenschlüssel, in meinem Auto sind es nicht mehr so das Heizte. Hilfe, Hilfe! Oh Gott! Wenn man da nämlich gegenknallt, ist es auch instant weg, das Ding. Oh, das müsste ich aber, glaube ich, noch schaffen. Ich bin natürlich hier rein. Das ist nämlich die Mega-Abkürzung. Was sollte nun wirklich nicht passieren? Die viel zu viele Leute gar nicht kennen. Oh Gott, ich bin durch die Tafel geflogen. Ja, das ist nicht mein Glück. Wow, eine Stadtversammlung. Aha. So, ich bin sogar noch besser als letztes Mal. Okay, rein. Und das war es auch schon. BAM! So! Ich fühle mich so elend. Snake ist auch tot. Frink und Snake sterben. So, guck mal, hier. Ist jetzt die letzte Mission. Ähm. Und hier, da kriegen wir ein richtig geiles Auto für. Nämlich den World War II-Wagen. Abgeändert, richtig mit Boost vorne, hinten dran und vorne so ein Dings. Voll geil. So, aber das ist ja erst vermutlich im nächsten Part. Dass ich das jetzt in diesem Part noch schaffe, die Chance ist gleich null. Bring mir mal meinen Sportwagen. Ich schaue dir auf den Rücken. Guck auf die Uhr. Ich müsste noch elf Minuten haben. Jetzt komm ich. Deshalb gehen wir jetzt mal um. Mh, machen die Rennen, die mir in den Sinn kommen. Ne, der größte Homeboy fährt ja ein runter. Ne, schade. Das Rennen da haben wir ja gemacht, ne. Genau. Das heißt, jetzt das nächste Rennen. Kommt, ist ein bisschen unerwartet, aber ist so. Ja, das ist so. Hier die Kirche voll tot. Today, Sermons, Omar, Omar Rocks, genau. Hier, die Anschriften ändern sich auch jedes Mal, ne. Möchte ich nur mal anmerken. So, Rennen. Wenn ich dir will, musst du versprechen, dass du mein Gehirn nicht auffrisst. Kommt nicht in Frage. Rennen, zwei Kreisrennen, ob sie viele Runden. Gehirne. 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 Oh, die Vibrationen trüppeln in den Füßen. So, ähm, das Rennen war jetzt, glaube ich, schon... Ja, ich würde sagen, das ist das schwerste Rennen von allen. Also jedenfalls von denen in der Visie. Die Rache ist mein... Ach ja, ich kann euch mal einen recht interessanten Funfact erzählen, den ich selber rausgefunden hab, den kein Mensch auf dieser Welt, glaube ich, kennt. Aber, ähm, ich hab mal so ein bisschen in dem Dateipfad des Spiels nachgeguckt, ne. Weil ich ja so cool bin, wenn ich mich mit PCs auskenne. Nein, natürlich nicht. Ähm, hab da mal ein bisschen geguckt. Und dort gibt's ja Ordner für die einzelnen Level. Und dort sind neun Ordner. Sich, aua. Moment mal. Das war ja ne Beleidigung. Alle so nennen... Oh, scheiße. Die sich auch alle so nennen. Level 1, Level 2, Level 3, Level 3, Level 6, 7. Und von 1 bis 7 sind auch ganz viele Sachen drin, sag ich mal. Aber Level 8 und 9 sind leere Ordner. Ich geh davon aus, dass eigentlich geplant war, dass es noch ein Level 8 und 9 geben soll. Würde auch passen, dass dann vielleicht nochmal das Stadtgebiet und das... Oh, ein Arsch. Und das Hafengebiet. Oh, geht... Dass das auch nochmal als Horrorgebiet geplant war. Wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich. Oh, ja klar. Alle rammen mich. Deswegen, das wäre gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Und das wäre auch ganz lustig. Aber naja, haben sie dann wohl doch gelassen. Weil sie dachten, das ist noch zu viel Horror. Wie toll, der Ramp mit dir in der Zeit, der Arsch. Ja, fies. Der will mich voll töten. Der hat mich noch voll mitgerissen. So, okay. Unnötig, Leute. Das ist das Fahrrad unnötig. Gehirne. Und Gehirne. Äh, die Ärsche haben mich die ganze Zeit gerammt. Geht weg. Du mit deinem dämlichen Paddeln da. Wie wichst du dich denn fort? Seht ihr das? Sie sind richtig aktiv. Ich mach gar nichts und sie rammen mich einfach gegen den Wand. Ich werde mich noch rächen. Toll. Mann, Leute. Sobald du es einfach will, mich zu kratzen, bist du Schnee von gestern. Stop this is ramming. Geh weg. Penner. So. Geh mal eben kurz abkürzen, weil ich ja so unglaublich cool bin. Und so das Skill habe in diesem Spiel. Ja, das Skill. Aber ich würde schon selbst von dir sagen, dass ich jetzt nicht allzu schlecht in diesem Spiel bin. Ich musste nur wenig Missionen wiederholen. Wenn ich mir da andere Let's Plays angucke. Oh, 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 oh. Aber egal. Ich übernehme jetzt erstmal diesen Geist hier. Sein Geist aber gut. Ich bin exzellente. Wir sind ja so weit weg da vorne, ey. Ich schaffe es doch nie im Leben, den wieder einzuholen. Nämlich ja Paddel-Heinz, geh weg. Das ist jetzt Paddel-Heinz, okay? Hey, du bist scheißt. Eins, zwei, drei, vier. Du bist ein Trottel. Die Strecke gehört mir. Du kannst dich verpissen. Darauf trinke ich ein Bier. Legendärer Spruch. Och, Mann. Das ist viel zu weit weg. Den kriege ich niemals. Obwohl doch, vielleicht jetzt. Geweckt mit dummen Leichenwagen. Wo ist denn ein Staub-Staub-Fresser? Verdammt? Ich habe ja den Karwobi verloren. Wo soll ich denn die alle hinpacken? Oh, du Arschloch. Das gibt's nicht. Wo ist denn ein Staub? Die haben's wirklich auf mich abgesehen hier. Das ist ja voll schlimm. Okay, wenn ich jetzt verkacke, dann werde ich das Rennen erstmal auf hinten verschieben. Ähm, denn ich hab noch andere Pläne in diesem Part. Ich möchte auf jeden Fall alles erstmal in diesem Part beenden, außer die letzte Mission. Und vielleicht ein Rennen, das kann ich mir auch noch im nächsten Part erlauben. Meine letzte Mission ist jetzt auch nicht so lang und, ähm... Ich werde gleich sauer, Leute. Ich werde gleich schmiede Harkerste. Hör dich für mich zu kratzen, bis du steh'n von gestern. Allgemein ist dieses Rennen ja gar nicht so schwer. Es ist nur fies, dass mich die Typen ständig rabben. Dass sie mich wirklich aufhalten wollen, richtig. Das ist unfair. Unfairer Wettkampf. Okay, dann werde ich das dann erstmal beenden, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Wovon ich stark ausgehe. Dann werde ich erstmal... Und noch die letzten Wespen holen. Ich weiß nämlich noch, wo welche es sind. Ob das alle sind, weiß ich natürlich nicht. Paddel Heinz. Ah, die sind gecrashed. Geil. Freunde, die sind gecrashed. Da darf mir nur nix blödes mehr passieren. Dann wird noch sowas von was blödes passieren. Es gibt Gas, es gibt Gas, es gibt Gas. Ich zitter, aber ich schaff's. Oh. Ihr hört eben brav, ey. Wir sind die Nummer eins. Wir sind die Nummer eins. Ich heiße Homer. Ich werde die Petition genehmigen, die von allen Schülern verlangt, statt Wasser, Sauerstoff, Dehydrid zu sagen. Wasser klingt etwas zu blumig für meinen Geschmack. Zu was? Zu Blumen? Na gut, ich habe das geschafft, ey, weil die noch gepresst sind. So was mache ich jetzt noch? Oh, Jörmann, öööö. Okay, ich habe noch vier Minuten. In den vier Minuten möchte ich jetzt noch eben die letzten Westen holen. Ich glaube, das sind die letzten Westen. Es müssen nämlich noch zwei sein. Oder ich weiß, ob auch an einer Stelle drei sind. Hier ist das Establishment schuld. Und da oben drauf ist ja noch eine Ich kann da drauf nicht stehen So und hier ist auch das geheime Auto Ähm, lol Äh, Bug Freunde, ich hab schon wieder einen Bug ausgelöst Hier ist eigentlich das geheime Auto drauf Naja, ähm, dann werde ich auf jeden Fall noch mal im nächsten Part nachgucken Ob das dann vielleicht wieder da ist Ich werde das Spiel mal zwischendurch beenden oder so Hey, das wurde aber auch Zeit Ich schaffe ja eigentlich immer Ich schaffe es immer, jedes Spiel irgendwo zu glitschen oder zu packen Äh, ey, das gibt's nicht Egal Bing, ding Bing, ding, 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 ding Bing, ding, 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 ding Ich bin nicht versichert Die Musik Wurde gar irgendwie leiser, egal Nämlich auf der Brücke sind natürlich noch welche Ich bin nicht versichert So, hier auch richtig fies im Wasser, alles voller Blut Ich glaube, dass es Blut ist Oh, da habe ich die Wespe schon gesehen Hängt voll da unter irgendwie Ist nur eine Wespe? Ja Okay Jetzt ist die letzte Wespe Scheiße, jetzt nicht die letzte Wespe Ähm, was jetzt? Wer could be the last wasp? Ähm Verdammt Könnte die letzte Wespe sein Oh Oh Hier red ich schon die ganzen Gebirge im Hintergrund Die Hexe hier langfliegen Leute, verdammt Wo ist die letzte Wespe? Oder wie viele Fähne noch? Eine Hm Ähm Ich möchte jetzt eigentlich ungern den Part beenden und die letzte Wespe noch vergessen Ich darf nicht wieder rennen Ding 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 Ach, ich weiß, ich weiß doch wo Leute, ich weiß doch wo Menschen Natürlich im Garten von Ralph, da waren wir noch gar nicht Da ist auch schön schlieb Wiggum Hm, jetzt haben wir Angst Der Fuß aber nicht ausgemacht Klar, das hab ich ganz vergessen hier Okay, der Part ist sowieso gleich vorbei, das ist wunderbar Yeah, Level Wespen und Spielwespen komplett Okay, eine Minute hab ich noch, ich glaube das nutze ich mal eben aus Okay, sonst hab ich alles Ich geh mal eben kurz in Barts Zimmer Hol mir mal eben Klamotten, die ich mir leisten kann Dann bis zum nächsten Part Werden wir mal ganz viel Geld fahren Also Leute, ne, möchte ich schon mal anmerken Hier sind Übertrieben viel kostet hier alles Ein Auto kostet 1000 Münzen Ist das blöd Normalerweise würde ich jetzt aufs Auto sparen Aber die anderen Sachen sind ja Ich muss ja eh alles kaufen, also Geht das schon Welche soll ich mir kaufen? Komm mal, Homa Böse Okay Leute, dann bin ich hier mit einem Böse Kostüm Kostüm Homa hat was cooles gemacht Hier erstmal den Part Und im nächsten Part Bis zum nächsten Part hab ich ganz viel Geld gefarmt Kaufen wir die letzten Sachen Dann werde ich das letzte Rennen fahren Und das Spiel beenden Also Freunde, im nächsten Part Ist dann der letzte Part vom Spiel Tut mir auch ganz nur leid, aber Ihr werdet schon drüber hinweg kommen Also bis zum nächsten Part Ciao 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 Ciao